Noch nicht genug von Dump Ways to Die. Ja, dann spielen wir heute Dump Ways to Die 3. Ja, hier Handy hochformat. Okay, ähm, damit seid gerüstet und die uns sehr gut nochmal zu Dump Ways to Die 3 World Tour. Ja, na dann, heute mal ohne Facecam. Heute keine Facecam hier, weil ich seh heute ziemlich fertig aus. Ja, ich nehm Dump Ways to Die. To Die, gleich auf, äh, ja, ja. Die, drei, ja. Ähm, na dann legen wir los. Play. All right, Dump Ways, wir sind über den Dump Ways. Und hier haben wir Settings. Also hier können wir die Musik ein bisschen leiser stellen. Okay. Ich denke, so geht's. Und was haben wir hier? Äh. Okay. Jetzt können wir hier spielen und hier uns Werbung anschauen. Ähm, ja, okay. Aha, okay. Hier haben wir verschiedene Skins, die wir freischalten können. Ja, hier alles noch auf Handy Modus. Äh, ja. Ich spiel's aber auf dem PC. Gut, ähm. Flying Fiasko. Hier haben wir Pirament One. Hier haben wir StarMade. Ähm, Pirament Slide. Shuttle Shift. Und Snow Safari. Okay, jetzt können wir uns hier ein Spiel aussuchen. Fangen wir mal mit Flying Fiasko an. Okay, Play. Hu. Ah. Das ist ja wirklich ein Fiasko. Die Münzen als an mir. Hu. Ha. Das muss ich noch ein bisschen lernen hier. Game over. Das Fliegen. Ja, ich hab grad der Mensch. Ja. Ich hab grad einen ersten E-Mann-Flugschein gemacht. Ich muss das erst. Da. Ich bin nötiger Anfänger. Das ist mit der Maus auf dem PC gar nicht so lustig. Uha. Das ist kommis auch nah angeflogen. Verdammt. Ja. Ich bin weitergekommen. Die Sound sind auch ein bisschen laut, wollte ich sagen. Die Explosionen sind ein bisschen heftig laut. Das tut fast in den Ohren weh. Ha. Man erschreckt sich immer so heftig. Yay. Ha. Das muss noch üben. Verdammt. Sollte ich mal den Sound-Laser machen? Ich weiß nicht. Sollte ich das? Da. Soll ich die Explosions-Sound-Laser machen? Ach ey. Blödsinn. Explosionen müssen so laut sein. Sonst macht es dir keinen Spaß. Ah. Da. Da. Ich erschreck mich immer. Das kommt auf mein Kopfhörer und wirklich extrem laut an. Bei euch vielleicht und hoffentlich vielleicht nicht ganz so laut. Aber bei mir. Ah. Es tut weh. Ich soll es vielleicht mal leiser fallen. Ach Quatsch. Es ist nur eine Ahnung, wenn mein Kammerfall platzt. Wir brauchen schon ein Wurzelnjahre, das Trockelfeld. So komm, irgendwie müssen wir das doch schaffen. Ja. Ja. Okay, schon angenehmer. Das lässt sich. Nur bei zwei. So, Play. Na komm. Na komm. Ein bisschen weiter werden wir es doch wohl schaffen. So klappt das nie. Ach. Kollision. Die Luftballons. Verdammt. Mit Hühnchen kann er wieder. Na komm. Drei Versuche noch. Drei Versuche noch. Das muss doch schockbar sein. Verdammt. Zwei Versuche noch. Ein Versuch noch. Na komm. Na komm. Ja gut. Versuche mal ein anderes Game. Es gibt ja noch nie mehr Pirates 1. Das ist viel besser. Das ist viel besser. Einfach nur. Puh. Na komm. Hab ich die Musik nicht. Leider hast du ihn leiser gestellt. Ach ja. Genau. Weil es ja Fackel. Wartenscheiß. Gut. Versuchen wir mal zu überleben. Gerade eben bin ich schon etwas weiter gekommen. Das kriege ich halbwegs hin. Das kriege ich jetzt hier. So ungefähr. Lässt sich's machen. Ja genau. Springst du doch in die Fackel rein. Warum nicht? Münzen. Ich brauche Münzen. Hops. Verdammt. Ich bin nicht schnell genug gesprungen. So zack. Wie kommt man da überhaupt drüber? So kommt man drüber. Das ist man früh genug. Hochspringen. Verdammt. Aber lustige Musik im Hintergrund. Ein bisschen nervig, aber lustig. Nice. Das ist geschafft. Geschafft. Nein. Verdammt. 100 Punkte. Na, es gilt es noch zu schlagen. So drei Versuche. Versuchen wir mal die 100 zu schlagen. Zwei Versuche. Versuchen wir mal die 100 zu schlagen. Na, komm. Na, komm. Dabei ein paar Münzchen einsammeln. Ein Versuch. Probieren wir die 100 zu schlagen. Dabei ein paar Münzchen einsammeln. Ja. Okay. Best 100. So. Pyro with Slate. Schauen wir mal. Uh. Ha. Ja, was zum, was zum. Okay, mit den. Muss ich mit der Maus machen. Ich muss die Spielstellung hier erstmal kapieren. Da. Aber ich muss echt sagen. Und dann war es zu 3.1 war noch ganz toll. Also das fand ich noch super. Also das spielte sich noch ganz toll. Aber ja, dann war es zu 3.2 war dann auch noch ganz passabel. Aber jetzt hier. Also ja, ich merke einen, ich merke so ein bisschen Abfall. Also ich merke so ein bisschen den Fall. Es gibt so ein bisschen, ja, das Spiel wird langsam trashiger. Ich weiß nicht, gibt es noch einen Teil 4? Müssen wir mal gucken. Also irgendwie. Wird es hier langsam nicht mehr, also die Qualität, die Qualität, die Qualität lässt nach. Ist es irgendwie, ja, lässt zu wünschen über euch. Wenn ich das hier mal verstehen würde, wie man das hier steuert. Die Steuerung müsste man erstmal verstehen. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Spielt sich bestimmt auf dem Handy besser. So. So. Achso. Verstehen. Okay. Münzchen sammeln. Verdammt. Im Weltraum überleben. Und. Zack. Sehr gut. Und. Ja gut. Hat so ein bisschen was für Doodle Jump. Doodle Jump bloß halt andersrum. Ja. 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 Gut. Irgendwie muss das doch hier zuschaffen sein. Messer strahlen. So. Hier kann man steuern. Ja. Die Steuerung ist ein bisschen. Könnte besser. Verdammt. Werbung. Enter. Ja. Ja. Ein bisschen überleben. 18, 19. 20. Ja. 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 30 Nicht explodieren 56 Verdammt 58 Na komm, lassen wir es zu Snow Safari Äh, was? Äh, was? Achso, jesu Äh, ja, das ist ja eine sehr tonne Lenkung Bin begeistert Ja, wie sollte ich das auch schaffen Okay, kann ich einfach nur steuern Verdammt Es hat so ein bisschen was von Happy Tree Fans So ein bisschen an Happy Tree Fans Liebe Kinder Schlagt's jetzt, äh, googelt's jetzt nicht Schlagt's nach, ja genau Ähm Dann googelt's jetzt bitte nicht Happy Tree Fans Alle, die schon erwachsen sind Die jetzt schon ein bisschen älter sind Die können's gerne machen Also, ja Ich hätt's nicht erwähnen sollen Hehehe An eine Folge davon erinnert mich Das gibt's, das ist ja Ich hab das so mit 12, 13 Hab ich das gerne geguckt Happy Tree Fans Ist nix für dieses Alter Was jetzt im Nachhinein einiges erklärt Und ich's mir recht überlege Hehehe Ja Also Ja Wenn ich recht bedenke Hätte ich das vielleicht mit 13 nicht gucken sollen Ähm Das erklärt so einige Schädigungen Bei mir Liebe Eltern Passt auf das Dass eure Kinder noch Kinder auf keinen Fall gucken Ähm Der Grund ist Sie sollten die Eltern ja aufpassen Was ihre Kinder so Im Internet machen Und ich ja Der Überzeugung Dass man mal eine kleine Kindertose hat Die ein Handy oder ein Internet Zugang haben Dass die da irgendwie mal Zumindest Ja Nicht ständig überwacht werden Aber da mal zumindest Soguckt wird Auf welchen Seiten Treibst du die zu Hehehe Was ist Was machst du denn hier Was guckst du da auf YouTube Ja gut Na dann Ich würd mal sagen Dummich nach oben Sonst euch gefallen haben Lasst ein Abo der Hunde Neuseits Kann ich den schon freisch halten Repair next House to unlock Aha Dummkopf Dibbi Aha 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 Ich hab hier 349 Münzen Was kann ich damit machen Ja gut Ähm Ja Lasst ein Abo da neu sein Und wir sehen uns Im nächsten Dumpo Ist today Out Oder Ja In einem anderen Wieder auf meinem Kanal Mal schauen Ob es noch ein Teil 4 Davon gibt Ja Viel weiter Wenn wir nicht spielen Weil irgendwann Ja Ich merk das Gefälle Es wird jetzt hier Besser wird es nicht mehr Sehr gut Man sieht sich Haut rein Ciao Ciao Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Untertitelung des ZDF, 2020